Musik In Schaufjahren drei werden eine kleine Gruppe mehr alles, eine junge Gruppe mehr alles. Sie werden freund, und sie bereden sich, sie wollen Missionen erstatten. So sie werden sich einig, sie werden alle Sorten derjenigen, die sie in ihrem Haus haben, die nicht mehr fehlt, Sachen, die sie nicht mehr brauchen, verkaufen oder geben. In diesem Jahr werden sie brauchen, um Missionen erstatten. Das werden alles mehr alles, die meisten von ihnen wie ein Miales, wo du genug hattest, wo du viele Sachen hattest und viel dort im Leben und nicht viel Sachen, oder vielleicht auch nichts. So dass wir nicht schwer für ihnen alle Sachen zu kriegen und sagen, das fehlt mir nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, und das wird geben, um Missionen erstatten. Und bei einem Mial, jungen Mial, sind wir von einer Familie, wo sie nicht viel hattest, und nicht viele Dinge bleiben immer von ihrem Leben, von den Dingen, die sie haben. In einem Tag, der eine Miales hat alle Sachen gegeben, und sie hat noch nichts gegeben. Dann knallt sie, wie sie erbaut, und sie bett, Gott weiß mich, wo soll ich geben, wo kann ich für sie helfen, zum Missionen erstatten. Und während sie dort bett, legt der kleine Hände, ja, an einem. Und sie schickt nur den Hände, und sie sagt, du bist doch nicht. Aber er fällt dort bei, dort der Feindaktor wird nicht weit aufwohnt, der hat kurz gefrägt, und er will ihn kaufen für 50 Dollar. Er ruht, er ist dort schwer, und er sagt Geld, ich wohne. Er bringt den Hände an den Feindaktor, und sagt, ich will 50 Dollar haben für ihn, und er bettelt ihn, und er hat das Geld in der Mission. Er wird so schwer, und er ist da dort. Bei der Luther hört die Feindaktor von der Geschichte, er kommt nur in der Mial, und sagt, ich will zu deinem Klub gehören, ich will auch, was mir nicht mehr fehlt, ich gebe dir diesen Händen. Sie hat einen Händen. Aber sie hat, was er viel, viel kostet. In Johannes, Kapitel 3, Vers 12, sagt er, sagt er, dass Gott lebt uns so sehr auf dieser Welt, dass er nicht bloß, was arm immer bleibt in seinem Leben, er nicht bloß, was alles kostet, sein einziges Sehen. Nicht bloß immer bleibt so, über alles. Wieviel sind du und ich will uns für Gott bereit zu geben? Für Missionen, für andere Menschen, wo er fehlt. Weil wir bloß einmal dort geben, was immer bleibt, was uns nicht mehr fehlt, was wir allemal nicht brauchen. So wie will uns, was zu geben, was drei zu geben und Gott, was uns auch kostet, was auch weitert. Aber wie ein, heuer zu sein Leibendeit, und wie alles geif, sollen du und ich will uns dann, mit Leib für einem drei, auch alles zu geben, und dann, wann es auch weitert, und dann, wann es auch viel kostet. Wort passt die Wälen zu geben, doch Gott die Sehne. Also werden wir uns auch über tribes borne. Als ob